Das Tourismuszentrum Gülnar Ortaburun an den südlichen Grenzen des Bezirks Gülnar umfasst auch den Küstenteil des Janischle-Viertels. Es erstreckt sich über eine riesige Fläche von 91 Hektar, deren Zonenplan und Studien abgeschlossen wurden. Die Region, von der mehr als die Hälfte bewaldet ist, möchte die Werte der Stadt, insbesondere im Naturtourismus, bestmöglich vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017